Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition mit mir dem Crazy Eddie. Ich wollte jetzt mal gucken, was diese Schnellreise hier macht. Weiß ich auch nicht. Okay, nicht so viel eigentlich. Ach, ich kann jetzt die Weltkarte. Sehr gut, was ist das? Das ist nichts. Das könnte man eigentlich machen. Nochmal Astrarium machen. Wie sehen die Dinger nochmal aus? Das ist dieser komische rote Punkt, ne? Hab ich den hier schon? Ne, den hab ich noch nicht, oder? Hier ist ein Templerlager. Ach, das hab ich schon vernichtet. Genau, das Astrarium hab ich. Und das fehlt, oder wie? Was ist das? Scherben, schau wieder. Ein Bauer, ein Abträger. Ähm... Pass auf, da machen wir halt Astrarium. Das müsste ich hier hin. Genau, das lag ja quasi genau gegenüber. Mal eben gucken. Also das eine Astrarium war... Kannst du mal nicht Schnauze halten. War hier hinten. Ähm... Moment, das war irgendwo... Kann man von hier nicht sehen. Da ist der Schädel. Das müsste da oben irgendwo gewesen sein. Und das andere wäre dann irgendwo da. Hoppla. Ich glaube ich. Weißt du was, dann machen wir uns mal einen Wegpunkt hin. So. Da oben. Ich seh's nämlich schon. Ähm... Da. Müssen wir mal hingehen. Mal gucken, ob wir da irgendwie so jetzt leicht hochkommen. Manchmal wäre sie die ganze Karte laufen. Muss ja nicht sein. Ja, ich weiß, ich konnte mit dem Pferd reiten. Aber irgendwie finde ich Pferde dann doch ein bisschen... Ähm... Aber erst wenn wir ein besseres Pferd haben. Ich mag Pferde nicht so. Sind zwar lecker, aber... Nö. Hm. Hm. Gehen wir mal hier lang. Verdammte Krähe. Dopp, 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 dopp. Der Bär. Nein. Nicht angreifen. Leben und leben lassen. Ihr wisst ja. Embryon. Hm. Sieht doch. Äh... Nee, noch nicht. Oder? Soviel zum Thema Leben und Leben lassen. Wir sind jetzt nur eine Stufe unter ihm, das heißt, wir machen dem noch ein bisschen mehr Schaden. Und weil es eher nicht mehr so viel... Ich habe halt nur das Problem, dass wir noch nicht können, dass wir nicht mehr auf Schaden machen. Also hier kann ich nicht hoch, ne? Ist richtig, ja. Ab Rundlein kann ich ja nicht, ne. Hafterwälder. Das sieht gut aus. Ja, das sieht echt gut aus. Ein Stein. Was ist für ein Tier? Ein Schatten. Kassandra kriegt leider alles ab. Können wir den wegmachen. Schön, dass der so ganz langsam verschwindet. Oh. Aber erstmal die Kiste plündern. Ausbalanciert er durch und mächteliges Todeswurzel-Vita. Ja, guck mal, das sind, äh, das sind halt keine Helme, sondern tatsächlich, ähm, ja, Muster. So. Ach du Scheiße. Wie soll ich dat denn machen? Achso, ich weiß aber nicht wie. So. Dann auf den hier. Äh. Ne. Äh, muss ich mal kurz gucken, ähm. Vielleicht wieder von innen anfangen? Ne, das macht keinen Sinn, ähm. Darüber. Darüber, da hoch, da lang. Ja, das könnte gehen. Der hier, ne? Das da. Nein, scheiße. Ah, ja, zu weit. Da, da, da. Dann. Äh. Ne, es klappt nicht. Da lang, da hoch, da. Doch, das geht. Ich kann hier da lang, da einmal rum, dann wieder hier runter und da lang. Müsste das jetzt sein. So. Der hier. Dann zu dem da. Zu dem da. Den, der, 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 der. Äh. Was macht der hier? Hä? Ist da ein Stern zu viel, oder wat? Ah, nee. Da sind noch mehr. Ach du Scheiße. Okay, die beiden. Dann. Hä? Moment. 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 Nee, die beiden sind schon richtig, aber... Was zur Hölle? Achso, ich muss jetzt aussuchen, welche das sind, oder wie. Ähm, runter. In die Mitte. Zu dem da. Moment, Moment, Moment. Moment, so. Dann wieder zu dem da, dem da, dem da und dem. Jawohl! Äh, jetzt machen sie es nämlich noch schwieriger, dass da noch zusätzliche Sterne bei sind. So, wer bist du denn? Sternbild Draconis, also Drache. Das im allgemeinen Sprachgebrauch hoher Drache, wie genanntes Sternbild Draconis, wird stets als ein fliegender Drache dargestellt. Macht Sinn. Vor kurzem kam man allerdings die Frage auf, ob das im Alten Reich ebenfalls der Fall war. Die Darstellung von Drachen bezog sich in Tevinter nahezu ausschließlich auf die Altengötter, was daran zweifeln lässt, dass die Drachen im allgemeinen ein Sternbild widmen würden, während sie ansonsten bestimmte Drachen verehrten. Diese Zweifel werden von älteren Zeichnungen untermauert, auf denen Draconis eher wie eine Schlange aussieht. Ja, gut. Es ist durchaus möglich, dass diese Darstellung entweder ein Geschöpf des Meos oder einen unbekannten achten Altengott zeigen, der aus den geschichtlichen Aufzeichnungen getilgt wurde. Aus einer Abhandlung über die theodosische Astronomie von Schwester Orian Petrafius. Die schon wieder. Was? Nee, da ist nix. Hoffe ich. Was ist das? Eine Höhle! Die haben eine Höhle sichtbar gemacht. Ach du Scheiße, hier gibt's ja gar kein Lager in der Nähe. Ähm. Kann ich da hinreißen? Nee, Scheiße. Ähm. Ja, toll. Dann... Gehen wir von dem Lager aus und gehen einfach nur nach oben. Ja. Da ist ne Höhle? Echt? Hm. Interessant. So. Machen wir hier mal da so... Na. Danke. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, danke. Ich hab aber noch kein Obsidian gefunden. Ich frag mich echt, wo ich das herkriegen soll. Aber es muss ja hier irgendwo sein. Ey, vielleicht kriegen wir ja gleich da Obsidian. Nennt man nämlich das zwergische Rätselkästchen auch fertig. Hey, wer bist du denn? Wieso liegst du hier? Solless, ein Verwandter von dir. Nee? Okay. Tut mir leid. Spindelkraut. Elfenwurzel. Ist das nicht so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Ähm. Ne Pflanze nach einer... Krasse zu benennen ist halt ein bisschen komisch. Was ist das? Hm. Ein Zeichen. Na, kommen die ja noch. Eisen mit. Äh. Hexenwalder. Oh. Ich dachte, hier geht's durch. Oder ist das hier ne Höhle? Langdolch. Jüngerstab. Jüngerstab ist Feuer. 36. Haube ist Inquisites aus. Und ich kann hier was lesen. Wehe, das ist wieder ne Quest. Festung der abtrügigen Magier. Ich glaub... Da, verdammt. Schade. Ich hätte sein können, dass wir die auch schon vernichtet haben. Egal. Zuerst holen wir uns das Astrolabium. Also, ich nenne es immer Astrolabium, weil ich es halt nicht anders kenne. Eigentlich heißt es ja Astrolabium. Hm. Wieso? Wieso heißt es in der Hexenwald? Seid ihr mal am Morgen gelebt? Die Festung haben wir ausgeräuchert. Das weiß ich. Irgendwas? Achso, da ist das Ding macht so ein Geräusch. Das auch. Okay. Das ist vom Eis. Das Magieversteck hatten wir doch schon, oder? Ja. Kann ich den hier wegmachen? Achso, das waren die Punkte. Ah, verstehe. Hallo? Jemand hier? Nee? Gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Wenn ich jetzt hier diese goldene Kiste plündere. Schlangenklinge. Ein Dolch. Alter. 182 Schaden pro Sekunde. 71 Schaden plus 2 Angriffe. 14 Bonus auf kritische Schaden. Bei erzielten Treffern 5 Chancen, den Gegner zu vergiften. Plus Rune. Respekt. Das Ding kann was. Das hat sich gelohnt. Also, wenn das so weitergeht, mache ich die Rastralien überall. So. Jetzt sind wir im Hexenwald. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte diese Quest machen, ne? Richtig? Genau. Dann muss ich mal ganz kurz das Tagebuch... Die verbotene Oase. Egal. Hinterlande. Hinterlande. Scherbensammler. Okay. Aha, okay. Ne, ne, ne. Ey, ich wollte das nicht aktivieren. Nein. Das ist zu klapp. Hinterlande. Ich sagte Hinterlande. Hinterlande. Boah. Ähm. Geschäftliche Vereinbarung. Stille Tanner in Radcliffe zur Rede. Genau das. Äh. Ein Bauernabdrängiger. Ja, diese ganzen Sammelquests. Im Prinzip muss ich jetzt... Ach, wo muss ich denn da lang? Dämmerlichtlager, Okularum. Ich weiß nicht, was hat hier mit dem Drachen? Ich hoffe, der ist jetzt weg. Ansonsten... Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ach, ja, danke. Immer noch. Ansonsten speichere ich mal und versuche den. Mal gucken, wie stark der wirklich ist. Ja. Jedenfalls ist hier. Bin hier noch ein Gemüter? Nein, ich glaube... Das... wird so nix. Ich glaube, wir verschwinden. Das müssen wir uns ja nicht antun. Oh, König Elfenwurzel. Hallo, Schönheit. Ähm. Weil, wenn der schon Cassandra mit einem Streich Block und Gesundheit wegmacht. Dann werden wir uns jetzt hier mal zur Schnellreise begeben. Warum das Wegkreuzung heißt? Es geht hier lang, es geht da lang, es geht da lang, da geht's lang. So. Dann werde ich jetzt diesen Tagebucheintrag deaktivieren. Und wir werden jetzt nach Haven reisen. Das war schon viel zu lange aufgeschoben. Wo ist das Ding jetzt hier? Da. Moment, kann ich das nicht auf einfacher machen? Hm. Quest 1 von 7. Hm. Da hätten wir nämlich noch den Bauer. Die geschäftlichen Vereilbarungen. Die Risse. Die Risse. Die Scherben. Und die Sehenswürdigkeiten. Fünf fehlen noch. Da habe ich nicht unbedingt Lust drauf. Ähm. 1 von 5. Bedrohung bleibt bestehen. Jetzt muss ich den Ratsraum aufsuchen. Äh. Jetzt muss ich eine Rüstung herstellen. Irgendwem soll ich was schaffen? Requere. Okay. Heben. Ja, machen wir mal. So. Jetzt machen wir eins nach dem anderen. Erst. Mabari. Hunde. Hunde sind ein essenzialer Bestandteil der Kulturen von Ferelden und kein Hund wird mehr geschätzt als ein Mabari. Die Rasse ist laut Mythos schon uralt und wurde angeblich aus den Wölfen gezüchtet, die Dänen gedient haben. Dank ihrer legendären Intelligenz und Treue sind sie warte aus mehr als eine Waffe oder ein Status-Symbol. Die Hunde wehren ihren Herren selbst aus und bleiben dann ihr Leben lang bei ihm. Wer ein Mabari hat, gilt in ganz Ferelden sofort als bedeutend. Die Mabari sind auch wichtiger Bestandteil der Militärstrategie von Ferelden. Nach der Ausbildung können sie Ritter aus dem Sattel holen oder Infanterielinien durchbrechen und ein Rudel bellender Kriegsrunde löst selbst bei erfahrenen Soldaten Anflüge von Panik aus. Ja. Aus Ferelden. Voll klo und Geschichte von Schwester Petrins, Scholarin der Kirche. Was gibt's hier noch? Nichts. Weil der Journalist Queen ist. Ja, wir kennen die Effekte von Mabari. Wollen wir mal spannend hier. Jetzt lädt er sich wieder ein Ast ab und dann passiert gar nichts. Also ich hab doch Hintergrundmusik. Ganz leise. Ich glaube ich. Nee, das ist drüben mein Bruder. Ich nehme wieder auf, wenn's... Ich wollte gerade sagen, wenn's zu lange dauert, nehme ich gleich wieder auf, aber der übernimmt das schon für mich. Na komm. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir werden vielleicht doch... Frostgipfelgebirge in Haven. Mit wem kann ich da reden? Kasselro? Oh, tatsächlich. Erzähl mir noch was. Nimmig ist das Sound asynchron. Oh, ich kann sie anflirten. Ihr seid eine wahre Naturgewalt, oder? Wenn es notwendig ist. Das ist beeindruckend. Ihr schmeichelt mir. Ich versuche es. Hab ich das Richtige getan? Was ich hier in Gang gesetzt habe, könnte alles zerstören, woran ich mein Leben lang geglaubt habe. Wer weiß. Vielleicht gehe ich ja als Verräterin, als Wahnsinnige, als Nerren in die Geschichte ein. Und womöglich ist das sogar die Wahrheit. Ähm. Nachforschen. Wieso? Was sagt euch euer Glauben? Ich glaube, dass ihr unschuldig seid. Ich glaube, dass ihr mehr vor sich geht, als wir erkennen können. Und ich glaube, dass niemand sonst willens ist, etwas dagegen zu unternehmen. Sie alle werden im Feuer stehen und sich beklagen, dass es heiß ist. Aber ist das hier auch der Wille des Erbauers? Ich kann es nur vermuten. Ähm. Was wird jetzt geschehen? Jetzt befassen wir uns mit der Panik, die die Kirche euretwegen ergriffen hat, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Und dann schließen wir die Bresche. Wir sind die einzigen, die dazu in der Lage sind. Anschließend finden wir heraus, wer für dieses Chaos verantwortlich ist. Und machen dem ein Ende. Und sollten meine Taten Konsequenzen nach sich ziehen, werde ich für sie bezahlen. Ich hoffe nur, der Preis wird nicht zu hoch sein. Begleiten euch die Statue durch. Ähm. Ihr musstet es tun. Du bist dann... Wir sind ja nett. Ihr hattet keine andere Wahl. Ich dachte, die Antwort liege klar und deutlich vor mir. Ich kann es mir nicht erlauben, noch einmal so fahrlässig zu sein. Naja. Ihr hattet gute Gründe, aber trotzdem. Es war ja nicht so, als hättet ihr keinen Grund gehabt, mich zu verdächtigen. Ich war fest entschlossen, irgendjemanden für die Geschehnisse zur Verantwortung zu ziehen. Egal wen. Ihr sagtet, ihr glaubt, dass ihr auserwählt wurdet. Bedeutet das, ihr glaubt an den Erbauer? Ähm. Ja, oder ich weiß es nicht. Sag mal, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht mit Gewissheit sagen. Nun, ich schätze, es spielt keine Rolle. Ich muss daran glauben, dass wir aus einem bestimmten Grund auf diesen Weg gebracht wurden. Selbst wenn ihr es nicht tut. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wohin er uns führt. Davon gehe ich aus, so. Jetzt haben wir mit ihr geredet. Da war der Schmied, genau. So, jetzt schauen wir mal, das war... Rüstung modifizieren, Waffen modifizieren, Waffen modifizieren. Und zwar von Varik. Was ist denn das denn? Das ist hey, das was ihr müsst. Bianca, genau. Ihr kriegt nämlich jetzt... Ähm. Hä? Verstehe ich nicht. Moment, was ist hier vor? Ich bin noch nicht... Ich weiß noch nicht. So, erstmal Bianca. Wir wählen die Waffe aus, ja. Hat Bogen 3 schon gekriegt, okay. Jetzt geben wir in den Griff. Und geben ihn in den haltbaren Griff. Ah, ja. Als Zielvorrichtung haben wir Zielmodul Nummer 1. Boah, immer diese Erfolge. Das sieht gut aus. Ähm. Jünger Start des Feuers habe ich nicht. Brauche ich nicht. Hey, das Rasiermesser. Keine Aufwertung verfügbar. Ja, und für meine ist auch nichts verfügbar. Gut. Jetzt noch eine Rüstung. Hochwertige Jägerpanzerung. Och, weißt du was? Nehmen wir mal Cassandras. Die ist doch nicht für mich, oder? Meisterhafte Vorreiter. Ist für Krieger. Solus Cassandras. Meisterhafte... Das sieht so kacke aus. Ja. Und jetzt, was ist hier? Habe ich das verändert? Äh. Genau. So, und jetzt? Naja. Kannst du es auch noch nicht anziehen, aber ich habe es getan. Oder irgendwie sowas. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was gibt es hier noch im Tagebuch? Äh, Haven. So, Haven. Kenne deinen Feind. Da muss ich jetzt... Miniva. Das ist eine Rüstung herstellen. Okay. Ähm. Waffen herstellen? Rüstung herstellen. Äh. Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich zu viel. Also, ich brauche für einen Schülerhanisch brauche ich... Ich hätte vielleicht Tipps gerade legen sollen. Ähm. Das ist der Helm, das ist der Hanisch. Das ist die Speerrüstung. Und der Armschutz. Okay. Okay, und der hier kriegt... Dann kriegt hier eine Beerenhaut. Kräftiger, frostiger, verteidiger am Schutz. Ist in Ordnung. Okay, dann... Kann ich da direkt... Hab ich das jetzt ausgerüstet? Weiß ich nicht. Rüstung. Rüstung. Ich hab's ausgezogen. Naja, das wollte ich gar nicht. Hm. Ist hier gar nicht drin. Dieses Kälte-Ding. Accessoires. Nee, Aufwertung. Ah. Kann nur an schweren Rüstungen angebracht werden. Ja gut, eine schwere Rüstung hab ich nicht. Noch nicht. So, damit hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Jetzt brauchen wir einen Helden eigentlich nur noch. Die Holzschlag-Position. Äh. Kenn dein Feind. Ich geh mal hier hin. So. Okay. Ratsraum. Und das ist... Ach. Geh mal da hin. Da ist dann nämlich diese Holzschlag-Position, hoffe ich. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was hinkriegen. Oh. Ist direkt hier vorne. Meister Harrod hat gesagt, dass er keine Schwerter für die Rekruten schmieden kann, wenn er nicht mehr Erz bekommt. Kann ich euch irgendwie helfen? Äh. Nee. Lebt wohl. Ja, ja, als man so. Geh weg. Ach, ihr Doofnüsse. Oh, ich kann hier was kümmern. Nee, kann ich nicht. Ja, da fehlt mir noch der Holzschlag. Ich weiß allerdings nicht... Tausend Dank. Hm. Okay. Dann machen wir das. Aber in der nächsten Folge. Und zwar hier bei Dragon Age Inquisition. Mit mir im Crazy Eddie. Tschüss. So, Aufnahme 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Mit mir im Crazy Eddie auf Steel Gaming. Wir holen uns jetzt diesen Holzschlag. Und keine Gegenwehr. Ich will den verdammten Inquisitionswaffen. Es kann nicht sein, dass unsere Leute mit Stürken kämpfen müssen. Oder so. Hallo, Cassandra. Geht doch mal weg. Moment, wo muss ich denn da hin? Ich muss... Oh Gott, wo muss ich denn da hin? Ach, ich kann doch einfach mal... Entschuldigung. Über den See gehen. Das ist doch zugefroren. Mache ich mir keine unnötige Arbeit. Also... Hoffe ich jedenfalls. Wobei ich gerade merke, dass ich hier wahrscheinlich nicht hoch kann. Verdammt! Gut, dann also doch die Straße. Lass ich Schnee spuren? Yo. Cool. Was ist das? Elfenwurzel? Na gut, du bist gerade auf dem Weg. Gib her. Ach, da ist die Bresche. Okay. So, hier ist der Weg. Genau. Dem folgen. Und dann müsste da irgendwas passieren. Elfenwurzel. Hier ist ein Haus. Hier kann ich rein. Hier ist noch eine Elfenwurzel. Hier muss irgendetwas sein. Da? Ja, ich höre es. Vermutlich hinterm Haus. Guck mal. Ich hab noch nicht alle untersucht hier. Nee, hier ist nix. Nee, es ist hinterm Haus. Oder auch nicht. Aha. Wir waren die Notiz für spät auf. Gut. Komme ich gar nicht weiter. Ach doch da. War richtig? Ja, es scheint so. Mal gucken, wo der Weg jetzt hier hinführt. Da ist Eisen. Okay, von da. So, und jetzt? Was ist das hier? Kick mal in der Schau. Holzschlagposition. Yay. Zack. Holzschlag erhalten. Kann ich jetzt eine Schnellreise machen, bitte? Kann ich nicht. Kotz und Wolkenbruch. Na gut, laufen wir halt. Ah, wird grad gespeichert. Sehr schön. Hallo. Ganz viel Eisen. Ja, ja, ich weiß. Rapst. Du bist so ein großes Mädchen. Hoffentlich hätte ich jetzt was anderes zu sagen, als wir haben nix zu vermelden. Es gab kein Wort für Himmel oder Erde, Meer oder Luft. Es gab nichts für das Schweigen. Dann erklang die Sprache. Jetzt stellt sich die Frage, woher kennt der Erbauer die Sprache? Oh, ey, mal diese Kirche, ey. Dum, 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 dum. Der Himmel war voll schweigen. Da wusste ich es. Und Scham erfüllt. Ist hier irgendwas? Ich kann was lesen. Überwachung der Patientin. What the fuck? Hm, da wird wohl wer hingerichtet. Uncool. Achso, nee. So, Inquisitionswaffen. Endlich. Gegenstand herstellen. Okay. Dazu fehlt mir immer noch 5 Obsidian. Macht es ein. Oh. Oh. Euresgleichen hat ihre Heiligkeit getötet. Alles Lüge. Euresgleichen hat sich sterben lassen. Halt dein Maul, Magier. Was reicht jetzt, Hauptmann? Das ist nicht mein Titel. Wir sind keine Templer mehr. Wir sind alle Teil der Inquisition. Und was genau heißt das? Ihr schon wieder, Kanzler? Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Ich frage mich, Kommandant, ob eure Inquisition und ihr Herold die Ordnung wie versprochen wiederherstellen werden. Natürlich fragt ihr euch das. Zurück an die Arbeit, ihr alle. What the fuck? Also scheinbar gibt es die Unstimmigkeiten. Yo, was geht. Als wäre es nicht genug, dass sich Magier und Templer bekriegen. Jetzt bezichtigen sie sich gegenseitig am Tod der göttlichen Schuld zu sein. Deshalb brauchen wir eine richtige Autorität, die sie zur Besinnung bringt. Etwa euch? Zweitklassige Kleriker, die nicht wichtig genug waren, um am Konklave teilzunehmen? Wer dann? Die aufrührerische Inquisition und ihr sogenannter Herold Andrastes? Wohl kaum. Ähm. Wir sind halb so schlimm. Ich weiß nicht. Mir kommt die Inquisition vor wie jede junge Familie. Wie viele Familien würden sich entzweien, um gegeneinander Krieg zu führen? Ja, denn das würde der Kirche niemals passieren. Wir folgen einer jahrhundertelangen Tradition. Wir sind kein Emporkömmling, der das Rad neu erfinden möchte. So eine Scheiße. Kallen, warum ist er überhaupt hier? Warum gestattet ihr dem Kanzler gleich nochmal zu bleiben? Euer Templer weiß offenbar, wo er die Grenze zu ziehen hat. Er ist harmlos. Es macht keinen Sinn, ihn zum Märtyrer zu machen, nur weil er große Worte schwingt. Allerdings ist der Kanzler ein guter Gradmesser dafür, was uns in Valroyo erwartet. Äh, ungut. Äh. Wie weit ist die Gewalt zwischen Magiern und Templern fortgeschritten? Das kann man unmöglich sagen. Dass eure Organisation die Autorität der Kirche untergräbt, ist nicht gerade förderlich. Ich denke, durch die Zerstörung des Konklaves ist der Krieg zwischen Magiern und Templern wieder aufgeflammt. Stärker denn je. Magier und Templer bekämpfen sich, obwohl wir nicht wissen, was im Tempel der Heiligen Asche wirklich passiert ist? Genau deshalb sollten wir die ganze Angelegenheit einer neuen Göttlichen überlassen. Falls ihr unschuldig seid, könnt ihr euch das feststellen. Oder froh sein, einen Sündenbock zu haben. Denkt ihr, dass sich niemand um die Wahrheit schert? Wir trauern alle um Justinia. Aber ihr wärt nicht traurig, wenn der Herold Andrast das diskret unter den Teppich gekehrt würde. Äh. Ja. Ich werde dafür sorgen, dass Valroyo zur Vernunft kommt. Ich bete, dass ihr recht habt. Oh ja, hab ich. So, jetzt. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da an, Daumen, Like, Abo, wie auch immer ihr sagen wollt. Äh. Links seht die vorherige Folge, rechts die nächste Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Euer Crazy. Tschüss. Tschüss. Sch regnet zu Sapkwasser. Hier im Moment. Tschüss. Es ist vielleicht noch alles.